Also, wenn du eher der Typ bist, der findet, dass eine Seereise auch immer einen Hauch von Luxus und Exklusivität braucht, dann bist du bei uns in der Premium Class genau richtig. Das ist an Bord ein eigener Salon mit richtig großen Panoramafenstern, so dass du einen tollen Blick aufs Wasser hast und Elbe und Nordsee an dir vorbeiziehen lassen kannst, während du dir das so richtig gut gehen lässt in unseren großen Ledersitzen mit den extra breiten Läden und ordentlich Beinfreiheit. In der Premium Class ist für alles gesorgt, ob Heißgetränke oder alkoholfreie Kaltgetränke und sogar Obst, alles kostenlos mit drin. Und für alle, die da noch einen draufsetzen wollen, ist in den Häfen und beim Ein- und Auslaufen der Gang auf unseren VIP-Balkon auf der Höhepunkt der Überfahrt. Richtig romantisch und richtig exklusiv. Ja!